Hallo und herzlich willkommen ihr Lieben zum Update bezüglich des Geburtstagsexperiments, was ich da angekurbelt habe und wie ihr ja schon vielleicht festgestellt habt, hat sich bisher einer meiner Favoriten gemeldet. Positiv sozusagen und freue ich mich riesig drüber. Ich habe diesbezüglich auch ein kleines Voting auf der Community-Seite auf dem Channel gestartet und wurden auch schon einige Stimmen von euch abgegeben. Ich hoffe es werden noch mehr. Also Leute die noch nicht gevotet haben und die das Video jetzt hier sehen, bitte haut in die Tasten oder klickt auf die Maus. Ist schon ein kleiner Krimi und recht interessant sozusagen wie die Votes, wie die Stimmen so verteilt sind. Ich will nicht zu viel verraten. Gut, ja das war es eigentlich auch. Ich verabschiede mich dann mal ins Wochenende. Bin nicht zu Hause. Wir fahren in den Garten und ohne PC, ohne Internet. Also wird möglicherweise etwas langweilig für mich, aber ich brauche es mal. Ich brauche mal ein bisschen Entspannung, ein bisschen Erholung, ein bisschen, muss wieder ein bisschen Energie tanken. Das Wetter sieht ja nicht so rosig aus. Mal Sonne, mal Regen. Viel Wind ist dabei und ja, ich werde versuchen das Beste draus zu machen. Auf jeden Fall am Montagabend zum Streamen bin ich wieder da. Ich hoffe, dass ihr bis dahin reichlich Stimmen abgegeben habt. Ist wirklich, wirklich interessant zu sehen sozusagen. Ich denke mal auch für euch ist es dann interessant und wenn das Ergebnis dann vielleicht irgendwie mal preisgegeben werden sollte, weiß ich ja nicht, wie ich da jetzt damit umgehe. Weil es bisher ja nur einer war, der sich gemeldet hat. Es wird... Ne, ne, ich sag's nicht. Gut, es bleibt spannend und bis dahin genießt das Wochenende. Nächste Woche ja eine kurze Woche wieder, sehr schön. Vier Tage arbeiten und dann ist ja schon wieder Wochenende. Also, aber wir sehen uns erst mal am Montag im Stream. Bis dahin. Tschüssi. Haut rein. Bis dahin. 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 Untertitelung des ZDF, 2020